Hi, heute haben wir von Vance den Rowley Styles 1990s. Innerhalb seiner 10-jährigen Vance-Era ist dies hier mittlerweile das 13. Modell von Jeff Rowley. Alle Nähte des Schuhs wurden doppelt bis dreifach miteinander vernäht. Für den Komfort sorgt die ausbalancierte Polsterung und die flexible vulkanisierte Außensohle. Kleine und dezente Logo-Details sind das optische i-Tüpfelchen.